Liebe Geschwister, ich möchte mit euch über eine bedeutsame Reise sprechen. Eine Reise, von der Al-Hajj Malik Shabazz, bekannt als Malcolm X, sagte, dass er bei dieser Reise ein Stück von sich an diesem Ort gelassen hat. Aber auch ein Stück von diesem Ort sein Leben lang mit sich getragen hat. Er ließ ein Stück von sich an diesem Ort und er nahm ein Stück von diesem Ort sein Leben lang mit sich. Er hat Worte, die die Sehnsucht, die die Verbundenheit beschreiben. Eine Reise, über die uns ein Bekannter gesagt hat, neben der sich über alle Straßen hinweg ausbreitenden Hektik, erscheint die Prophetenmoschee wie eine Oase der Ruhe. Sie ist von unbeschreiblicher Schönheit und gewaltiger Eleganz. Eine Schönheit, die sich in ihrem vollen Umfang von jenem erfassen lässt, der sie mit eigenen Augen gesehen und mit dem Herzen berührt hat. Wisst ihr, wer das sagte? Unser Bruder Yassin Andreas, der jetzt, gestern meine ich, seine vierte Pilgerfahrt angefangen hat. Ja, wir machen alle Bittgebete dafür, dass seine Pilgerfahrt angenommen ist, die er übrigens auch für einen verstorbenen Muslim unternimmt und auch als Reiseführer. Normalerweise sollte man die Pilgerfahrt, liebe Geschwister, nicht wiederholen, weil es sehr viele Geschwister gibt, die auf Wartelisten sich gerade befinden. Und wer Sehnsucht hat, dafür gibt es die kleine Pilgerfahrt, Al-Umra, die nach einem Großteil der Mehrheit, nach einem Großteil der Gelehrten auch nicht verpflichtend ist, ja, aber für die auch Belege sprechen, dass sie eine verpflichtende Besuchsfahrt ist. Und alle, liebe Geschwister, alle, ausnahmslos, jeder Pilger, mit dem man darüber spricht, jeder wird bestätigen, dass es unaussprechbar ist, im Sinne von unbeschreiblich ist, was man auf der Pilgerfahrt erlebt. Ja, zuletzt habe ich ein kleines Video von dem bekannten Fußballspieler Paul Pogba, ehemals der teuerste Fußballspieler auf Erden und nun auch Weltmeister geworden. Erst vor der Weltmeisterschaft hat er auch die Besuchspfahrt angetreten, hat er Umra gemacht und subhanallah, er sagt, es ist nicht beschreibbar, aber er wünscht sich für jeden Muslim, dass er dies erfahren kann, ja, subhanallah. Das Unbeschreibliche, subhanallah, erleben. Was sagt Allah Ta'ala über die Pilgerfahrt, liebe Geschwister? Die Pilgerfahrt, liebe Geschwister, Die Zeit der Pilgerfahrt sind bekannte Monate. Wer in ihnen die Durchführung der Pilgerfahrt beschlossen hat, der darf keinen Beischlaf ausüben oder das, was zum Beischlaf führt oder auch nur über den Beischlaf und das, was vor dem Beischlaf normalerweise stattfindet, sprechen. Ja, Arafat ist der Beischlaf selbst und das, was zu ihm führt, beziehungsweise das Sprechen darüber. Und nicht Streit führen, genau, und keinen Frevel, also keine Sünde, welche auch immer, und nicht Streit führen während der Pilgerfahrt. Und was ihr an Gutem tut, Allah weiß es. Und nun eine Lebensweisheit. Und versorgt euch mit Reisevorrat. Der Muslim ist organisiert von A bis Z. Der Muslim ist organisiert von A bis Z. Aber Allah sagt, der beste Reisevorrat, der beste Proviant ist die Gottes Ehrfurcht. Ataqwa. Egal, für welche Situation man sich vorzubereiten hat. Reise, Forschungsgespräch, Heiratsgespräch, Heirat, Fußballspiel, was auch immer. Ja, wir bereiten uns vor. Das gehört zu unserer religiösen DNA dazu. Aber die Gottes Ehrfurcht, liebe Geschwister, die muss immer mit dabei sein. Weil im Verlauf, im weiteren Verlauf der Dinge, ereignen sich immer Situationen, auf die man sich nicht vorbereiten konnte. Es gibt immer diesen X-Faktor im Leben. Ständig. Und dort auf einmal hat man dann keine Vorbereitung. Oder es trifft einen überraschend. Subhanallah. Und was ist dort wichtig? Gottes Ehrfurcht. Und fürchtet mich, hab Ehrfurcht vor mir, hab Taqwa, o die ihr Verstand besitzt. Es ist keine Sinne für euch, dass ihr nach Huld von eurem Herrn trachtet. Ja, man kann Handel treiben, auch während der Hajj. Doch wenn ihr von Arafat her geströmt seid, dann gedenkt Allahs bei der geschützten Kultstätte. Und gedenkt seine, wie er euch recht geleitet hat, obwohl ihr vor dem wahrlichst zu den Irregehenden gehörtet. Oh, das ist manchmal eine harte Lektion, die man immer wieder erfrischen muss im Herzen. Denn, dass man ohne die Rechtleitung von Allah, liebe Geschwister, man sich in der Irre befinden würde. Keiner von uns hat irgendeine Garantie, dass er dieses oder jenes nicht tun würde, außer er ist durch Allah Ta'alas Rechtleitung geschützt. Oder dass er dies getan hätte, wenn ihn nicht zuvor Allah Ta'alas Rechtleitung geschützt hätte. Keiner von uns. Keiner von uns hat diese Garantie. Deswegen mögen wir immer demütig sein, wie Allah Ta'ala auch im Koran festhält. Und wäre die Gnade Allah Ta'alas nicht auf euch, keiner von euch wäre jemals rein geworden. Aber es ist Allah, der rein macht, wen er will. Und Allah ist hörend und wissend. Keiner von uns, liebe Geschwister, wäre jemals rein geworden, außer Allah Ta'ala hätte ihn oder sie gereinigt. Und der Prophet versprach, wer sich an diese drei Regeln hält, wer keine Streitereien unternimmt auf der Hajj, wer nicht sündigt im Allgemeinen und wer sich der Sexualität auch enthält und das, was zu ihr führt, beziehungsweise Teil dieser ist oder das Gespräch darüber, dem verspricht Allah Ta'ala, dass er so zurückkehrt von der Hajj, wie er sich in dem Zustand befunden hat, als seine Mutter ihn geboren, zur Welt gebracht hat, geboren hat. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ist auch ein Beleg dafür, wir glauben nicht an eine Erblast, an die Erbsünde, sondern subhanallah, jedes Kind kommt rein auf die Welt und sündenfrei. Und in diesem selben Zustand wird Allah Ta'ala uns versetzen, beziehungsweise die Sünden löschen, wenn wir eine erfolgreiche Pilgerfahrt abschließen durften. Und Allah Ta'ala sagt im Koran über die Pilgerfahrt, لِيَشْهَدُ مَنَافِعَ لَهُمْ Damit sie allerlei Nutzen für sich erfahren. Und Ibn Abbas, Ibn Kathir festhält, Allahs Wohlgefallen sei auf beiden, er sagt, dieser Nutzen ist nicht nur ein Nutzen, der sich auf das Jenseits allein bezieht, sondern dieser Nutzen, subhanallah, erstreckt sich auch auf das Diesseits. Und er erwähnte einige Beispiele, darunter auch den Handel. Das heißt, der Muslim ist, wie gesagt, festgegründet in beiden Welten. Al-Nafi'a, al-Manafi'a, der Nutzen, die Nutzen, liebe Geschwister, sie beziehen sich für den Muslim, auf beide Welten und die Pilgerfahrt, liebe Geschwister, die Pilgerfahrt bringt doppelte Baraka mit sich, in Bezug auf das Diesseits wie auch auf das Jenseits. Das heißt, man möchte sich auch um seine Dunja kümmern, macht die Pilgerfahrt. Was hat Paul Pogba getan, bevor er Weltmeister wurde? Die Pilgerfahrt gemacht und hat zur Pilgerfahrt eingeladen. Und was ist passiert? Alhamdulillah. Sein Wittgebet wurde erfüllt. Wir wollen in beiden Welten erfolgreich sein. Liebe Geschwister, die religiösen Handlungen, sie sind geregelt, Alhamdulillah. Regeln, die uns auch einen, Alhamdulillah, Regeln, die uns belehren, Regeln, die unseren Verstand fördern, unsere Denktätigkeit, Alhamdulillah, sodass wir auch in anderen weltlichen Bereichen herausragendes leisten können, wie auch zuvor die damaligen Universalgelehrten nicht lediglich Religionsgelehrte waren, sondern auch Bedeutendes in der Medizin und in der Physik und in anderen Wissenschaften auch hinterließen. So werden wir gefördert durch das Verstehen der Regeln, durch das Anwenden der Regeln auf spezielle Kontexte. Aber das ist nicht, liebe Geschwister, einzig und allein Sinn einer religiösen Handlung, sondern es gibt dahinter steckende Weisheiten. Und Imam Al-Razali, Rahimullah, er beschrieb, dass man manchmal aufgrund von lauter Regelbefolgung die Weisheiten nicht erfasst. Und da gab man ein gutes Beispiel. Er sagte, manche Leute, die lernen, um zu lesen, wir lernen Tadjwid. Das gehört dazu. Ja, das beschreitet auch keiner. Und dazu laden wir auch ein und dazu fordern wir auch auf. Aber manche sind nur mit den Rezitationsregeln beschäftigt. Sie lernen, um zu lesen. Und er sagte, normalerweise sollte man lesen, um zu lernen. Man sollte lesen, um zu lernen, aus dem Plan etwas zu entnehmen. Deswegen darf ich euch zwei Lesungen empfehlen. Die eine Lesung, die man durchführt, für auch die korrekte technische Lesung, dass man sich um die Rechte der Buchstaben, denn Islam, Alhamdulillah, haben sogar Buchstabenrechte, nicht nur Menschen und Tiere und Pflanzen, sondern auch Buchstaben. Subhanallah. Chukruq al-Huruf. Dass man jedem Buchstaben sein Recht gibt, aber danach, dass man nochmal dasselbe liest und versucht, was ist damit gemeint und was hat das mit mir zu tun und wie kann ich das am besten umsetzen und wie kann ich das am besten weitertragen. Das heißt, wer sich auf die Hajj vorbereitet, liebe Geschwister, und das fängt damit an, dass man sich jetzt anschaut, wann man sich für nächstes Jahr Urlaub nehmen muss. Packt den Kalender aus. Wir alle haben einen Kalender, oder? Wir sind alle organisiert. Geht nicht ohne. Wann brauchen wir für nächstes Jahr Urlaub und Freizeit? Dann einen Sparplan umsetzen. Man kann sich auch ein bisschen Geld leihen. Super. Beste Sache, für die man sich Geld leihen kann. Dann zahlt man das im Nachhinein auch zurück. Muss nicht sein, aber warum nicht? Gute Idee. Dass man diese Segnungen der Hajj auch, alhamdulillah, früh erfährt. Ist auch ein großer Fehler, der teilweise in einigen Kreisen zirkulierte. Hajj machst du, wenn du gerade noch so laufen kannst oder wenn du jemanden findest, der dann deinen Rollstuhl schiebst. Weil dann werden dann am Ende die Sünden vergeben durch die Hajj. Und du willst ja nicht zurückkommen und dann am Ende sündigen. Du wirst zurückkommen und du wirst auch wieder sündigen. Aber nach der Hajj garantiert weniger. Und garantiert weniger schwerfällig, als wenn du es nicht schwerwiegend, als wenn du die Hajj nicht unternommen hättest. Und garantiert wirst du schneller Taube, Rückkehr Allah Ta'ala gegenüber, zu Allah Ta'ala leisten. Und diese Taube wird lang anhaltender sein, länger anhaltend sein. Das heißt, bis man wieder sündigt, wird es länger dauern, als wenn man diese Hajj nicht hätte. Das heißt, wir wollen jung sein. Wir wollen frisch sein. Man braucht auch ein bisschen Kraft für die Hajj. Da gibt es auch Strapazen, alhamdulillah. Das ist nicht nur ein Spaziergang, sondern das ist auch ein Marsch, subhanallah. Und subhanallah, Weisheiten allein des Reisens. Wenn Goethe beispielsweise davon spricht, dass es keine bessere Form der Bildung gibt, als die des Reisens. Und andere Philosophen darüber sprachen, dass man durch das Reisen seine eigenen Vorurteile los wird. Aber diese Reise, subhanallah, ist nicht nur eine Reise, sondern sie ist eine Pilgerfahrt. Allah Ta'ala hat sie uns zur Pflicht gemacht. Und wir werden sehr viele Segnungen erfahren, liebe Geschwister. Wir werden viele Menschen aus anderen Kulturen kennenlernen. Wir werden, ja, es berührt einen, subhanallah. Ich habe die Hajj, alhamdulillah, als 20-Jähriger machen dürfen. Und ich war gerade dabei, einen Auftrag durchzuführen, nämlich neue Muslime zu sammeln. Ja, damals noch mit der Vorgabe, mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Die haben dann, subhanallah, das geschenkt bekommen. Alhamdulillah, ich konnte ein paar Leute generieren und habe mir gedacht, ah, subhanallah, schön, wenn ich das auch eines Tages machen könnte. Und dann auf einmal hieß es, weißt du was, du kannst auch mit. Du hast auch keinen Pass aus einem klassischen muslimischen Land und du bist auch Muslim geworden. Und dann, subhanallah, ich war, ja, ich war unvorbereitet. Aber ich habe das gerne angenommen. Und vieles, was ich dort unternommen habe, habe ich nicht richtig verstanden, aufgrund der, ja, verbesserungsfähigen Vorbereitung. Aber trotz dessen, liebe Geschwister, ich kam zurück und das Leben, subhanallah, ein Segenschauer nach dem anderen, eine Kräftigung nach der anderen, subhanallah. Wichtig. Und im Nachhinein denkt man, wie wäre es, wenn du noch besser vorbereitet gewesen wärst, und so weiter. Aber Alhamdulillah, man hat auch eine Gruppe gehabt, man hat gelehrt um sich herum gehabt, die das etwas aufgefangen haben. Und vielleicht kann man auch nicht alles verstehen, vielleicht kann man auch nicht alles erfahren. Man merkt, man spürt manchmal auch nicht, wie die Medizin in einem wirkt. Und trotzdem gibt es ein Resultat. Subhanallah, deswegen, ich will nicht viel über persönliche Berichte, über persönliches berichten, weil dann habe ich noch mehr Probleme mit der Zeit und das ist euch eurer nicht würdig, weil ihr alle auch beschäftigt seid. Was sagt Allah Ta'ala über die Hajj? Innä a Vol beietin有di Al-Nasin, onter 울 advertising, leiladzii bibakka mubarakow, vàudan للعالمين. Beii hatun, bayinaatun, maqamu Ibrahima. Womendathallahu, Womendah allahu, kamamina. Womendahe al-Nasin, sich jilbyt, ma'n istatara, Das erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige in Bakka. Es war kein Fehler meinerseits, die auch häufig vorkommen. Nein, Bakka, hier heißt es nicht Makka. Und eine Rechtleitung als ein gesegnetes Haus und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Darin liegen klare Zeichen. Es ist der Standort Ibrahims, und wer es betritt, ist sicher. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu. Es ist eine Pflicht, liebe Geschwister. Es ist eine Pflicht, dass ihr in euren Kalender schaut. Es ist eine Pflicht, dass ihr das Geld generiert. Es ist eine Pflicht, dass ihr alles organisiert, dass ihr euch freimachen könnt. Für diese Pilgerfahrt. Dass man einfach alles Mögliche tut, alles, was in den eigenen Möglichkeiten steht, um dies zu verwirklichen. Allah hat einen, ja, es steht Allah Ta'ala zu. Diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Man ist da ta'a ilayhi sabila. Wer aber den Glauben verweigert, interessante Abfolge. So ist Allah, der Weltenbewohner, unbedürftig. Auf diese Abfolge kommen wir gleich zu sprechen. Allah Ta'ala sprach über Zeichen. Ich möchte auf zwei Zeichen im Speziellen eingehen. Zum Ersten, das, was auch das Rätsel des Namens löst. Bakka. Warum hat Allah Ta'ala Makka im Koran auch Bakka genannt? Ibn Kathir, er führt auf, ja, weil dies vom Wort Bukka auch kommt. Vom Weinen und dass der Ort an diesem Ort geweint wird. Dieser Ort bringt einen zum Weinen. Subhanallah. Man kann dies auch nicht erklären. Wir holen einen bequemen Stuhl für unseren Gärtenbruder. Ein besonderer, Subhanallah, ein besonderer Ort. Ein besonderer Ort, der einen zum Weinen bringt. Und man kann es nicht erklären. Es sind Dinge, die wird man dort erfahren, liebe Geschwister. Man weint und man weiß nicht warum, Subhanallah. Man wird berührt, man wird getroffen auf eine Art, die man nicht beschreiben oder erklären kann. Und wir fragen uns an dieser Stelle, liebe Geschwister, wann haben wir das letzte Mal für Allah Ta'ala geweint? Alhamdulillah, die Religion ist Kern unseres Lebens, Zentrum unseres Lebens. Alles dreht sich darum. Wir reden viel über die Religion. Wir praktizieren auch einiges. Aber ist unser Herz auch immer dabei? Oder wann war unser Herz das letzte Mal dabei gewesen? Kennen wir das überhaupt? Durch den Kontakt zu Allah Ta'ala zu weinen? Allah Ta'ala beschreibt im Koran seine geehrten Diener. Und ich... Und ich bin der Propheten, mir zumachen... Wamin-du-r-ry-at-i-bara-he-ma wa-Israel Wa mim-man-had-ay-na wa-jtabay-na Wa-jtabay-na i-zat-ut-la-alaihim Ayat-u'r-rahman-i-kharr-u-sujjadan wa-bu-ki-ya Allahu akbar Allahu akbar Das ist eine der besonderen Ayat, liebe Geschwister, bezüglich derer man sich niederwerfen kann. Es ist keine Pflicht, wenn man sie liest bzw. wenn man sie hört. Allah Ta'ala beschreibt, das sind diejenigen, denen Allah Gunst, Gnade erwiesen hat unter den Propheten aus der Nachkommenschaft Adams und von denjenigen, die wir mit Nuh trugen, ja auf dem Schiff, und aus der Nachkommenschaft Ibrahims und Israels, damit ist Jakob gemeint, und von denjenigen im Allgemeinen, die wir rechtgeleitet und erwählt haben. Jeder einzelne, Alhamdulillah, der la ilaha illallah im Herzen trägt, der wurde von Allah Ta'ala erwählt und rechtgeleitet. Und Allah Ta'ala beschreibt sie. Als ihnen die Zeichen des Al-Erbamas verlesen wurden, fielen sie ehrbietig nieder und weinend nieder. Der Koran muss uns berühren, liebe Geschwister. Die Rechtleitung muss uns irgendwo berühren. Sollte uns berühren. Wenn sie uns auch nicht so berührt hat, dann müssen wir uns hinterfragen. Und das machen wir gleich in den nächsten Minuten. Allah Ta'ala sprach weiter, spricht weiter. Dann folgten nach ihnen Nachfolger, die das Gebet vernachlässigten. Damit fängt das Problem immer an. Du vernachlässigst dein Gebet. Das ist der Anfang von einer Prüfung. Letztens kam, das ist schon länger her, ein paar Monate, ein Bruder zu mir und er brachte einen anderen Bruder mit. Und er beschrieb ein Problem, was dem anderen Bruder widerfahren ist. Und ich habe gesagt, der Bruder hat nicht richtig gebetet. Er sagt, doch, doch. Und er betet fünfmal am Tag und in der richtigen Zeit so und so und so. Und der Bruder hat das so rübergebracht. Ich konnte nicht sagen, okay, ich glaube dir nicht. Sondern, okay, vielleicht ist es ja eine besondere Prüfung. Und ja, Allah. Wenn er jemanden liebt, dann prüft er ihn. Und dann, subhanallah, im weiteren Gespräch kam heraus, der Bruder hat nicht richtig gebetet. In dieser Phase, wo er dann die Prüfung heimsuchte. Ich sage, Bruder, weißt du noch, wo ich gesagt habe, der Bruder hat nicht richtig gebetet? Da sagt er, ach, subhanallah. Ich habe das nicht gewusst. Ich höre das jetzt zum ersten Mal und so weiter. Du vernachlässigst dein Gebet. Wisse, irgendetwas kommt in dein Leben. Irgendetwas kommt in dein Leben. Halt immer fest am Gebet. Weil was passiert, wenn man das Gebet vernachlässigt? Und die ihren Begierden folgten. Wenn man nicht der Rechtleitung Allatah alles folgt, man wird seinen eigenen Begierden folgen. Und was ist die Konsequenz? So werden sie den Lohn für ihre Verehrung vorfinden, außer demjenigen, der bereut und glaubt und rechtschaffen handelt. Es ist nicht zu spät für Tauber, liebe Geschwister. Jene werden in den Paradiesgärten eingehen, in den Paradiesgarten eingehen und ihnen wird nichts Unrechtes zugefügt. Diejenigen, die also Rechtleitung erfahren haben, liebe Geschwister, sie werden damit beschrieben, dass sie vom Herzen her sprechen mit Tränen. Und was hält uns davon ab, liebe Geschwister? In einem Hadith heißt es... Nein, das war Anas ibn Malik, der sagte... Verzeiht, ich werde dazu später kommen. Und die Träne ist es auch, die in dem berühmten Hadith von den sieben Beschatteten am Tage des Gerichts, wo es keinen Schatten gibt, also sieben Gruppen, die einen speziellen Schatten erfahren, gegenüber den anderen, die eben keinen Schatten bekommen, an dem Tag, an dem die Sonne so nahe gebracht wird wie ein kleines Hölzchen. Unter diesen sieben Gruppen ist die Gruppe von Menschen, die Allah Ta'ala's gedachte und dabei weinen konnte, Subhanallah. Das ist ein besonderes Zeichen, was wir alle von Allah Ta'ala erbitten mögen. Was sollte uns zum Weinen bringen? In dem Hadith vom Propheten, Atabarani hat ihn überliefert und als Hassan eingestuft, dass gesegnet derjenige ist, der seine eigenen Fehler beweint. Das heißt, wir denken über unsere Sünde nach. Und das sollte uns Trauer auslösen, die uns dazu führen kann, dass wir eben auch weinen. Oder wenn wir eine Gabe bekommen haben, wobei Ibn Ka'ab beispielsweise, radiyallahu anhu, als er eine Gabe von Allah Ta'ala bekommen hat, eine spezielle Gabe von Allah Ta'ala, das brachte ihn auch zum Weinen. Oder wenn wir uns den Tag des Gerichts und die Realitäten, die uns umgeben, wenn wir uns dieser Realitäten bewusst werden, dann ist das auch eine Quelle der segensreichen Träne, liebe Geschwister. Weil der Prophet sagt, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Man kann dahin kommen, liebe Geschwister, sich die Dinge bewusst zu machen, wie die Prophetengefährten beschrieben, als sie mit den Propheten zusammen waren. So sahen sie quasi das Höllenfeuer, beziehungsweise so sahen sie quasi das Paradies. Dass wir in diese Zustände regelmäßig kommen, aufgrund dessen, dass wir das von Allah Ta'ala erbitten und viel entsprechenden Rikr auch machen. Warum können wir nicht weinen? Anders mit Malik, er sagte, dass man nicht weinen kann, aufgrund dessen, dass man sündigt. Und man sündigt aufgrund dessen, dass man keine Taqwa hat, keine Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber. Und was passiert dann, wenn man keine Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber hat? Eine andere Liebe kehrt ins Herz ein, nämlich die Liebe zur Welt. Und diese Liebe zur Welt ist es dann, die das Herz hart werden lässt. Und dann vermag man nicht zu weinen, Subhanallah. Dann vermag man nicht zu weinen, wie es Anas ibn Malik erklärte. Subhanallah, eine Beschäftigung, die alles beinhaltet, liebe Geschwister, die uns an all dies erinnern wird, ist das Hören des Korans. Und auch das Hören des Korans, liebe Geschwister, ist eine spezielle Ibadah. Denn der Prophet Muhammad s.a.w. erforderte andere dazu auf, ihm vorzutragen. Ja, Subhanallah, weil das auch eine Ibadah ist. Und Ibn Mas'ud, nach groben Berechnungen, trug ihm ungefähr 20 Minuten Koran vor. Und dann hörte er Hasbuk, ja, Stopp, sinngemäß. Und dann drehte er sich Ibn Mas'ud zum Propheten um, s.a.w. und sah, dass der Prophet weinte. Das heißt, wir reden jetzt nicht von irgendeinem dramatischen Weinen und alle hören und sehen einen. Nein, sondern das ist etwas, das man haben kann. Ja, die Gelehrten sprachen darüber, als ob die Träne Tränen hat. Kein großes Drama, liebe Geschwister. Ja, es kann ein Drama sein bei dem einen oder anderen, aber ja, in der Regel ist das, dass das Berühren ins Auge tritt. Das kann eine kleine Träne sein, aber das, ja, man ist dabei, Subhanallah. Ja, wie bin ich auf die 20 Minuten gekommen? Weil ungefähr acht Seiten aus Surat al-Baqarah, ja, vorgetragen wurden, bis Ibn Mas'ud an einen bestimmten Vers gekommen ist. Und dann erst hat er vom Propheten die Aufforderung bekommen, aufzuhören. Und dann sah er, dass der Prophet, was dann, ja, Tränen überströmt gewesen ist. Ja, und eine Seite, wenn sie würdevoll vorgetragen wird, kann man ungefähr mit, ja, ungefähr, jeder hat sein eigenes Tempo, aber zwei, drei Minuten, zweieinhalb Minuten betrachten. Da sind wir wieder wo, liebe Geschwister, beim Koran. Wir sind beim Koran. Sheikh Hashim, Alhamdulillah, der 28 Personen zwischen sich und den Propheten hat, sallallahu alaihi wa sallam, die ihren Schülern jeweils Leererlaubnis gegeben haben. Ja. Er unterrichtet uns jetzt, inshaAllah, an sechs Tagen in der Woche. Es gibt Gruppen für sieben- bis neunjährige, es gibt Gruppen von zehn bis 13-Jährigen, eine Gruppe von 14- bis 17-Jährigen und zwei Gruppen für, ja, in dem Sinne Erwachsene, Schwestern, wie auch Brüder, Alhamdulillah, so einen Schwesternkurse, zwei Schwesternkurse und zwei Erwachsenenbrüderkurse. Geht auf die Homepage und meldet euch an, subhanallah. Danach sollten wir streben, subhanallah. Ja. Danach sollten wir streben, liebe Geschwister. Das ist unsere kleine Hajj, die uns möglich ist, dass wir, ja, immer wieder ein, zweimal in der Woche die Termine mit dem Koran und dem Koranlehrer wahrnehmen. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben, die uns zu vergeben, die uns zu vergeben, Ibn Kathir, liebe Geschwister, er führt auch auf als Erklärung für das Wort Bakka, weil Bakka der Ort der Versammlung ist, dass man sich darum herum versammelt. Das heißt, ein Hinweis, wie versammeln sich denn die Muslime? Und subhanallah, aus einer kreisenden Masse wird eine Masse aus Kreisen, wenn zum Gebet gerufen wird. Und, subhanallah, unglaublich schön, ästhetisch, aber auch pragmatisch, ja, organisiert, subhanallah. Eine kreisende Masse, die später eine Masse aus Kreisen wird. Der Muslim, liebe Geschwister, ist organisiert. Ich habe, alhamdulillah, die Gnade erfahren dürfen, nach Sarajevo zu reisen. Dort habe ich vorgefunden, subhanallah, die wohl erste öffentliche Toilette Europas, 1530, gebaut. Wenn ihr googelt, werdet ihr das vielleicht so schnell nicht finden, wahrscheinlich gar nicht, da wird irgendwas von 1871 in England erzählt, was so dieser spezielle Eurozentrismus zu verantworten hat, dass man gerne so andere Kreise der Welt vernachlässigt, wenn es darum geht, Errungenschaften irgendwie zu dokumentieren. Ja, der geehrte Razi Khosraf Bek, Allah ta'ala möge ihm vergeben und ihm verzeihen, ja. Er, der diese Stadt nach vorne brachte, er baute dort eine Moschee. Aber nicht lediglich eine Moschee, sondern auch eine Schule und eine Bibliothek. Und wie gesagt, der wohl erste öffentliche Toilettenbau auf europäischem Boden und ein Handelszentrum. Und noch weiteres, ja, subhanallah, er hatte dort ein Rechenzentrum für die Gebetszeiten auch eingerichtet, auf dem Grund der Moschee und weiteres, subhanallah. Der Muslim ist organisiert und zivilisiert, er hinterlässt, ja, Segen, ja, subhanallah. Übrigens, als die Katholiken, die Muslime und Juden bei der sogenannten Reconquista 1492 aus Spanien vertrieben, wohin sind die Juden dann gegangen? Nach Marokko, heutzutage leben auch über 35.000 Juden noch in Marokko und in Gebiete des Osmanischen Reiches und auch nach Sarajevo, ja, wo ihr eine große Synagoge findet, ohne Bewachung, ohne irgendeinen Sicherheitsdienst oder sonst irgendwas, ja, Stichwort Toleranz und Zusammenarbeit. Zusammenleben und, ja, subhanallah. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, ein Befehl, den er an Ibrahim adressierte, Und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus, so werden sie zu dir kommen, zu Fuß und auf vielen hageren Reittieren, die aus jedem tiefen Passweg, aus jeder Ecke, ja, der Erde daherkommen. Subhanallah. Damals, liebe Geschwister, was war Mekka? Ibrahim a.s.m., er beschreibt es in seinem Bittgebet, ja, Wüste. Komplett Wüste. Und er sollte die Menschen zur Pilgerfahrt rufen. Und, liebe Geschwister, die Geschichte der Gründung dieses Hauses, ja, sollte uns viel Vertrauen und viel Sicherheit geben, weil es eine erfüllte Prophezeiung ist. Eine erfüllte Prophezeiung. Schaut euch jetzt Mekka an, ja. Und ihr werdet sehen, wie, subhanallah, das Bittgebet Ibrahim a.s., was auch im Koran dokumentiert ist, in Erfüllung ging. Rabbana, inni äskanntu min dhurriyeti biwadin, oiridzi zarrin, inda beitika almuharram. Rabbana, liukimu الصalaata, fajعل äfidatam minan nasi tahweyi ilayhim, warzukuhum minathamarat, laallahum yashkurun. Unser Herr, ich habe einen Teil meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren Tal. Das war damals Mekka. Bei deinem heiligen Haus angesiedelt, o unser Herr, auf das sie das Gebet verrichten mögen, so mache ihnen die Herzen der Menschen zugeneigt und versorge sie mit Früchten, damit sie dankbar sein mögen. Subhanallah. Das heißt, Allahs Versprechen, liebe Geschwister, sie treffen ein. Sie treffen ein. Aber die Erfüllung dessen ist mit Zeitpunkten aufgrund der Weisheit Allah Ta'alas bestimmt. Allah Ta'ala spricht beispielsweise davon, dass wir das Paradies erben werden. Das Erb ist ein Besitz, was zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Umständen einem zugesprochen wird. Das erfolgt nicht von hier auf jetzt. Und so sollen auch wir alle Versprechungen, die Allah Ta'ala uns gibt, fest im Herzen tragen. Das wird sich ereignen. Auch wenn, ja, die Situation vielleicht nicht gut aussieht, ja, vielleicht sieht sie total schlecht aus, ja, total hoffnungslos. Aber das ist, wenn man mit dem Auge hier sieht. Aber wenn man mit diesem Auge sieht, Subhanallah, ja, so wie Bruder Yasin es beschrieb, ja, man muss es mit dem Herzen berühren. Wenn wir diese Ayat von Allah Ta'ala mit dem Herzen verstehen und berühren, einen Kontakt damit haben. Wenn wir sehr selbstbewusst sein, Subhanallah. Selbstbewusst im Sinne von, wir wissen, Allah Ta'ala ist mit uns. Übrigens, und rufe unter den Menschen die Pilgerfahrt aus, ja, und sie werden zu dir zu Fuß kommen, ja, ein Bosnier, Subhanallah, hat 2012 nach 314 Marschtagen, ein Tag zwischen 30 und 70 Kilometern mit 14 Kilo Rucksack, ja, Minustemperaturen, Plustemperaturen, dramatische Unterschiede, ja, zwischen diesen beiden Extremen, ja, hat er die Pilgerfahrt gemacht, Subhanallah. Ja, und das im Jahr 2011 angefangen und 12 abgeschlossen, Subhanallah. Ach, Subhanallah, so viel, was man wieder, äh, wir sollen uns alle vornehmen, die Pilgerfahrt zu machen, liebe Geschwister. Und wir werden es, wie gesagt, nie bereuen. Und es gibt auch niemanden, der die Pilgerfahrt gemacht hat und dann am Ende sagt, hätte ich sie doch später gemacht. Gibt's nicht. Es gibt nur diese, ja, dieses alte Gericht, was, ja, vielleicht auch jetzt schon längst vorbei ist, Subhanallah, weil der Prophet sagt ja auch, Sallallahu alaihi wa sallam, Man arada al-hajja fal yata'ajjal. Wer die Hajj will, der soll sich beeilen. Ja, das heißt, das Erste, was sie tun, unser erster Schritt ist, ja, das Blättern im Terminkalender, feststellen, wann ist die Hajj, ja, nächstes Jahr und dann schauen, oh, ich brauche da Urlaub, ich brauche da irgendwie, äh, ich muss mich da freischaufeln von Verantwortungen und ich generiere dieses Geld. Und wie gesagt, man kann sich dafür Geld leihen, das ist keine Verpflichtung, ja, aber warum nicht Geld leihen für die Hajj? Gute Sache, ja. Beste Investition, beste Investition, liebe Geschwister. Ja, Allah, oh Allah, bitte vergib uns. Oh Allah, bitte segne den Propheten Muhammad, Sallallahu alaihi wa sallam und seine Familienangehörigen und seine Gefolgsleute. Allahumma amin. Oh Allah, vergib uns und unseren Eltern und unseren Geschwistern im Glauben insgesamt, oh Allah, den Lebenden und den bereits Verstorbenen unter deinen Dich Bezeugenden, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte lass uns Instrumente deiner Rechtleitung sein. Lass uns schöne, gute Vorbilder sein auf deinem Weg, oh Allah. Würdig, ja, dass wir uns zum Islam bekennen, Allahumma amin. Oh Allah, bitte schenke der Ummah Sicherheit, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte beschenke uns mit Freiheit und Selbstbestimmung, oh Allah. Bitte befreie unsere Gefangenen. Bitte beschütze unsere Bekriegten und schenke ihnen Frieden und Stabilität, oh Allah. Bitte heile die Kranken, oh Allah. Allahumma amin. Verheirate die Unverheirateten unter uns, oh Allah. Allahumma amin. Und schenke den Weisen unter uns, oh Allah, sich ihre annehmenden Pflegeeltern, oh Allah. Allahumma amin. Oh Allah, bitte schenke uns Sicherheit, schenke uns Sicherheit in Kosovo und in Bosnien gegenüber denjenigen, die dort wieder Landraub betreiben wollen, oh Allah. Und überall auf der Welt, oh Allah, Allahumma amin. Oh Allah, Allahumma salli wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oh Allah, wir bitten dich mit all deinen Namen, bitte segne uns und vergib uns. Und bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma amin. Und schenke uns all das, was der Prophet von dir erbeten hat. Und schenke uns Zuflucht vor all dem, wovor auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Allahumma salli wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallam ala alihi wa sallam ala alihi wa sallam ala alihi wa sallam 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 al